Ey ja, also ein offener Brief an Alpha Kevin wurde geschrieben. Ich bin gespannt, wie es da so ausschaut. Mal gucken, was wir da so vor uns finden oder was gesagt wird, was gemacht wird. Mit Greenscreen auf jeden Fall schon mal am Start. Mal schauen, mal schauen, was da so los ist. Theo schreibt Spoiler, das Video ist nicht so gut. Ja, nicht so viel Spoiler, ne? Wir wollen doch alle ganz gespannt sein. Ich habe das extra alles in meine Playlist gepackt, damit ich mich dann überraschen lassen kann. Mal schauen. Bevor ihr das Video aus irgendeinem Grund disliken solltet, naja, wenn wir mit Cloud zu tun, schaut es euch zumindest bis zum Ende an, denn heute geht es um den lieben Alpha Kevin. Nun ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein ziemlich großer Fan von Statistik und Zahlen und so habe ich den anderen Meinungsbloggern unter uns mal ein Formular zu kommen lassen, wo ich sie dann über den lieben Alpha Kevin befrage und was sie zu ihm denn sagen würden. Warum das Ganze? Nun ja, ich möchte persönlich zwar nicht sagen, dass ich jetzt Differenzen mit Alpha Kevin habe, aber da es mich schon ziemlich abgefuckert hat, wie schlecht er über mein Meinungsblogger-Blasenvideo geredet hat, wollte ich zumindest mal die anderen Leute in unserer Szene fragen, wie sie denn so zu ihm stehen. Dann kann ich aber, ich danke dir. Ich danke dir. Wie findest du den Humor, die Witze von Alpha Kevin von 1, Cringe bis 5 gut? Was gefällt dir an Alpha Kevin am meisten? Was gefällt dir überhaupt nicht an ihm? Und dein Lieblings-Alpha Kevin-Video und dein Hass-Alpha Kevin-Video, wobei hier waren mehrere Einsendungen möglich. Zu guter Letzt, was würdest du Alpha Kevin sagen, wenn du mit ihm jetzt genau reden würdest? Kurzer Disclaimer noch, die Umfrage war komplett anonym. Ich habe weder E-Mails noch irgendwelche Benutzernamen gelockt und ich weiß eigentlich nur, wenn man... Ah, der hat jetzt eine Umfrage gemacht, okay. Ich bin gespannt, wer die Teilnehmer sind bei der Umfrage. ...angereicht hat, wenn man am Ende im Kollopfeld auch was eingetragen hat. Sollte ich das ganze Schauspiel hier nochmal mit KuchenTV, DaVinci, Just Nero, Cloudstust oder RepTag durchführen, werde ich natürlich den Nutzerkreis erweitern und nicht auf Meinungsblogger einschränken, da es leider nur 13 Einsendungen gab. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Dieses Video habe ich am 10.05. war es, glaube ich, ungefähr habe ich das Skript geschrieben. Ich sollte vielleicht das Skript vorher lesen, bevor ich es einspreche. Jetzt kommen wir zu der Analyse der Fragen. Ich habe am 10.05. das Skript hier geschrieben. Die Aufnahme ist etwas später, also entschuldige ich mich dafür, wenn jetzt ein paar Screenshots vielleicht nicht aktuell sind. Zum Zeitpunkt des Skripts gab es auf jeden Fall 13 Einsendungen. Fangen wir an. Es gab 13 Einsendungen... Warte mal ganz kurz. Es gab jetzt 13 Einsendungen und der befragt jetzt sozusagen die Leute und will das jetzt statistisch wiedergeben oder zeigen, wie es bei mir aussieht. Aber ich muss sagen, mit 13 Einsendungen ist das sehr schwierig. Also, ich finde, da kannst du keine richtige Statistik veröffentlichen. Aber ich bin gespannt, was rauskommt. Die erste Frage. Kennst du Alpha Kevin? Ja gut, ich habe das jetzt natürlich nur anderen Meinungsblogger geschickt. Die kennen dich eigentlich alle. Die nächste Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10. Auf einer Skala von 1 bis 10. Also 1 ist negativ, bis 10 positiv. Wie findest du Alpha Kevin? Hefty, grüß dich. 1. Also eine Stimme für 1 gerade mal. 2 Stimmen für 2, was auch sau schlecht ist. 2 Stimmen für eine 3, was ebenfalls sau schlecht ist. Ich glaube, das ist noch eine 5 oder so. 3 Stimmen für 4. Das wäre vielleicht die Note 4. Ich weiß nicht, ob das eine 4 oder eine 5 ist. Und hier eine Stimme, hier 2 und hier auch 2 Stimmen. Also wie gesagt, ich wäre halt jetzt mega gespannt, wer die Befragten sind. Weil erstmal, ich finde mit 13 Stimmen kannst du sowas nicht machen. Ich finde das Konzept an sich gut von Unholy. Aber ich finde, das kannst du nicht mit 13 Stimmen durchführen. Weil jetzt ist eine Stimme so ein großer Balken. Ich finde, das verfälscht das Ergebnis so krass. Weil mit 13 Stimmen kannst du keine empirische Statistiken darlegen. Keine Ahnung, das haut nicht hin. Wie gut findest du Alpha Kevin? Hier wird das schon... Und ich weiß nicht, Tuteman Maske... Alter, Erich, vielen, vielen lieben Dank. Ey, es sind noch 20 Sekunden und vielen Dank nochmal jetzt hier für den Twitch Primes ab. The Dreams we have auf 52% zur Welt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich habe auch mitbekommen, irgendwie, dass QNV nicht mitgemacht hat. Ich weiß nicht, er hat Tuteman Maske mitgemacht. Er hat Baku mitgemacht. Schreibt es gerne mal rein. Ja, das ist nicht repräsentativ, genau das würde ich sagen. Ja, ey, keine Ahnung, ich wusste davon ja auch nicht viel. Baku hat auch geschrieben, nein, Tuteman Maske auch nicht. Dementsprechend, wenn jetzt hier gesagt wurde, die Meinungsblogger-Szene oder die Meinungsblogger wurden gefragt, dann verstehe ich aber nicht, warum jetzt die größeren Meinungsblogger nicht mit einbezogen wurden. Ich weiß auch nicht, ob Mighty mit dabei war. Also, keine Ahnung, was da Phase ist. Peter München, danke für die 35-Bits-Bruder. Interessante. Und zwar ist ein überwiegender Konsens unter den Meinungsbloggern, dass du eh als negativ aufgenommen wirst. Das kannst du ja nicht sagen. Also, ich finde bei, klar, von den 13 Leuten, es müsst ihr euch jetzt mal so vorstellen, Unholy hat bestimmt jetzt die kleineren Meinungsblogger gefragt. Viele davon sind negativ gegen mich eingestimmt, weil ich schon mal diese Meinungsblogger-Bubble angesprochen habe und da waren die kleinen Meinungsblogger nicht dabei, wo sie sich getriggert gefühlt haben. Und dann habe ich noch ein Video zu Cloud Dust gemacht und was weiß ich. Das ist doch klar, dass die dann mich natürlich zum Großteil scheiße finden. Also, es kann natürlich auch jetzt was anderes sein, aber ich gehe jetzt davon aus, dass die mich jetzt über das ganze Video hinweg scheiße finden werden. Diese Meinungsblogger sind übrigens nicht unbedingt alle klein. Von 13 Leuten haben die lediglich 5 eine Bewertung von 6 oder mehr zugetraut, wobei keine für 9 und 10 abgestimmt. Aber ich danke dir, Bruder, wirklich, vielen, vielen Dank. Ja, aber das, warte, ey, das checke ich nicht, ne? Hier steht jetzt, wie findest du seine aktuelle Entwicklung? Ja, zwei Leute sagen wieder eins, wie komplett scheiße, ey, das geht nicht. Kann natürlich auch sein, dass es manche scheiße fanden, keine Ahnung. Aber egal, was man jetzt dazu sagt, man sieht ja bei mir schon eine Entwicklung. Und wenn man jetzt allein nur die qualitative Entwicklung betrachtet, da hat es sich doch schon gebessert. Also ich muss sagen, die Videos von vor zwei Monaten oder von vor drei Monaten fand ich jetzt, wenn ich mich jetzt da angucke, da habe ich ja teilweise nicht mal die Lichter angemacht, um eine ordentliche Qualität zu bieten. Also das wäre ja schon scheiße. Dementsprechend finde ich, es ist klar positiv. Und deswegen verstehe ich nicht, die finden meine Videos komplett scheiße, also beziehungsweise der Großteil findet es scheiße. Aber meine Entwicklung dann wieder relativ positiv im Gegensatz zu diesen negativen Bewertungen davor. Es ergibt für mich jetzt noch nicht so den überkrassen Sinn. Aber wie gesagt, mit 13 Befragungen oder mit 13 Teilnehmern ist das dann schwierig, so zu repräsentieren. Ja, ey, das ist die Meinung. Also sorry, aber das ist ja erstmal Geschmackssache, ist ganz klar. Aber das sind die Leute, die abgestimmt haben, die nie meine Videos schauen, beziehungsweise die sich nur drüber abfacken. Und das meine ich halt. Die Mehrzahl findet dich einfach nur cringe. Ja, die Flachwitze bringe ich ja zum einen als Wiedererkennungsmerkmal, dass die Leute schon wissen, ah, geil, wieder ein Flachwitz, ist chillig, ist ganz cool. Und man muss das aber auch mal so sehen, man muss sich mal meine Lage reinversetzen, dass man einfach mal vielleicht schaut, wie die Videos ankommen, wenn ich die Flachwitze schon am Anfang bringe. Weil da hat man erstmal direkt viele Kommentare, die das schon feiern mit, ja, geiler Flachwitz, oder es ist ein Flachwitz, cool, keine Ahnung. Und ich habe es ja nur positive Resonanz bekommen, dass diese Flachwitze das am Anfang schon viel mehr auflockern, dass sie direkt wissen, ah, die sind ja oft im Kanal Alpha, Kevin. So, das ist so dieses, so wie so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich kenne jetzt nicht wirklich jemanden aus der Meinungsblogger-Szene oder generell von YouTube, der jetzt erstmal einen Witz vorliest. So, und ich finde schon, das hat schon was eigenes. Die blanken Zahlen, lieber Kevin. Jetzt habe ich aber natürlich noch ein paar Fragen geschrieben, Ah, jetzt bin ich gespannt. ob ich dein Lieblings-Hass-Video reinschreiben könnte und ein paar meinungsbezogene Fragen. Denn Zahlen sind einfach nicht alles. Wenn es zum Beispiel darum geht, was den Leuten an dir wohl am meisten gefällt, gibt es natürlich die üblichen Trallantworten, wie die Endcard, weil das Video ist zu Ende. Wow, danke, warum er das geschrieben hat. Du hast den Sinn der Umfrage definitiv verstanden. Klau das, moin! Oder zum Beispiel die Frage, wie ist denn eine Auswahl, was in Alpha, Kevin gut ist, weil ich denke, da kann man schon eine Auswahl treffen. Ich sehe es halt auch einfach leider weniger konstruktiv an und nicht für den Sinn dieses Videos. Also, ich habe sie erwähnt. Was die Menschen dabei toll finden, ist zumindest der Aufbau, deine visuelle Aufbereitung und allgemein der Schnitt oder die Haltung an deiner Community. Das finden die Leute tatsächlich gut. Allerdings geht es auch in die andere Richtung. Nicht jeder feiert deine zur Schau gestellte Persönlichkeit, die du spielst. Okay, ich lese es jetzt einmal mal vor, weil er blendet das immer bloß ein und sagt so kurz seine Sachen. Er orientiert sich bei den Thumbnails viel zu sehr an KuchenTV. Okay, es ist nicht schlimm, sich zu inspirieren, aber das ist fast eine 1 zu 1 Kopie. Meiner Sicht nach. Dementsprechend sollte er daran noch einmal arbeiten und gegebenenfalls sich einen neuen Stil in Bezug der Thumbnails ausdenken. Ja gut, also das ist natürlich dann Geschmackssache. Ich muss auch sagen, ich inspiriere mich da schon an KuchenTV, aber ich finde einfach, die Thumbnails, so wie die jetzt sind, halt einfach mit Abstand am schönsten, sage ich mal. Und es ist schwierig, jetzt irgendeinen Stil zu finden, damit das jetzt wieder irgendwas Kompletteigenes hat. Weil egal, was ich jetzt mache, es gibt mittlerweile jede Thumbnail-Art gibt es mittlerweile. Also da jetzt so was Kompletteigenes reinzuhauen, ist schwierig. Außer ich mache ein Da Vinci. Gut, das könnte ich vielleicht nach hinten bekommen. Einfach nur die Leute ausschneiden und dann ins Thumbnail setzen. Aber es muss ja irgendwie so diesen Wiedererkennungswert haben. Und ich finde, das ist halt so eine cleane Art. Also mir persönlich, mir sticht das voll ins Auge. Seine Art, mit Kritik umzugehen, seine Doppelmoralen sind aufwendiger Schnitt seit der starken Veränderung auf seinem Kanal. Das gefällt dir gar nicht. Seine Art, also, also mich würde es mal interessieren, was er, was er damit meint, seine Art, mit Kritik umzugehen. Also ich habe so das Gefühl, dass hierbei darum, dass es darum geht, dass ich bei CloudDust das Video gemacht habe, weil er, also, auch wenn CloudDust jetzt hier gerade mit am Start ist oder so, ich weiß nicht, ob er jetzt noch mit da ist, aber er hat mir gerade ein Follow da gelassen, ähm, auch im Nachhinein würde ich jetzt sagen, das war einfach in, in Video, was komplett, subjektiv, äh, negativ sein sollte, was mit Absicht jeden Punkt extra ins Negative gezogen hat und Dinge falsch dargestellt hat. Dementsprechend habe ich das auch als Hetz-Video sozusagen, ähm, genommen, ne. Also, wenn das jetzt wirklich nur deshalb da ist, dieser Kommentar, seine Art, mit Kritik umzugehen, da weiß ich nicht, aber ansonsten muss ich sagen, gehe ich mit Kritik eigentlich relativ gut um. So, wenn mich jemand hier kritisiert, ey, ich bin ja ganz offen und ich sage da auch und ich gebe da auch mal die Fehler zu, die ich gemacht habe, das ist für mich kein Problem und dann versuche ich auch was zu ändern. Das habe ich aber auch schon immer gemacht, ne. Seine online zur Schau gestellte Persönlichkeit ist mir zutiefst unzupatisch. Okay, gut, das ist natürlich Geschmackssache. Äh, ich sage gerade überall, das ist Geschmackssache. Ist letztendlich so, aber Google will jetzt gerade mit mir sprechen. Natürlich Geschmackssache hatte ich gerade eben Empfang. Sehr nice, okay. Ähm, sein Schnitt sträubt meine Haare, seine in den Videos behandelten Themen und seine Vorangehensweise beziehungsweise seine Art, die Themen darzustellen. Er betont seine Sätze sehr seltsam und scheint generell immer einen Energy Drink zu viel getrunken zu haben. Okay, den Aspekt, den fühle ich tatsächlich. Ähm, ich rede ziemlich laut und irgendwie ist das immer vor der Kamera so ganz komisch. Auf Dinge reagierst, das ist wirklich über cringe. Und, ähm, zum anderen gefällt auch nicht jeder sein Schnitt. Ich glaube, der Schnitt ist was komplett Subjektives, was jeder für sich, subjektiv richtig fände, was jeder für sich mag. Ähm, ich habe jetzt auch meinen kompletten Stil, wie man es jetzt umgestellt, ist die Frage, wie jeder es für sich mag. Das, was aber die meisten Leute stellt, ist, dass du scheinbar so hart und KuchenTV. Ähm, das alles kam von mir und, aber ich habe das auch nicht ernst genommen. Ja, ey, ich sag mal so, das ist halt das Problem, da wird halt so eine Umfrage gestartet. Also ich finde, wie gesagt, das Format ist ja nicht dumm. Das ist eigentlich ein cooles Ding und das hatte da vorhin noch niemand gemacht mit dem Statistik und mit diesen Darstellen und was weiß ich, was für empirische Vorgehensweisen hier am Start waren. Aber, damit es halt wissenschaftlich belegt werden kann. Aber mit 13 Leuten kannst du es nicht durchführen und wenn er noch die Hälfte rumtrollt oder das nicht ernst nimmt, dann ergeben die ganzen Sachen hier keinen Sinn. Und natürlich wird jetzt hier sag ich mal gehatet, weil erstens ist es anonym und zweitens, natürlich wäre ich nicht großartig gemacht von den Leuten, wenn ich da schon mal ein Video dazu gemacht habe oder wo ich die schon damals mal kritisiert habe. Real Talks seien auf Kampf eingebauten Witze und das ständige Arschlecken bei KuchenTV seien Overall Art, seien Humor und seien den Arsch gegen KuchenTV. Also, dass ihr in KuchenTV denkt, seid mir nicht böse, aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ich bin mit KuchenTV privat cool. Wir sind, wenn wir hier auf Team, äh, nicht auf Teamspeak, auf Discord sind, im Stream sind, reden wir miteinander, chillen eine Runde miteinander, wir schreiben jetzt nicht so oft privat miteinander, aber wir sind einfach cool. So, warum sollte ich jetzt bei KuchenTV nicht positive Worte finden, wenn ich dazu unter seinen Videos an sich ganz nice finde? Ne? Also, habe ich ja schon gesagt, bei KuchenTV, da gibt es jetzt nicht so überkrass viel zu kritisieren. Mit ihm habe ich kein Problem. So, das, es ist doch jetzt sinnlos, irgendwie da jetzt zu sagen, ne, also KuchenTV, pff, der geht mir am Arsch vorbei. Ne? Aber sobald ich dann sage, ja, KuchenTV, sein Content gefällt mir oder so, ja, dann, ey, dann krieche ich den mega in den Arsch oder ich lutsche sein Eier. Oder sowas. Das ist halt, das check ich halt nicht. Keine Ahnung, wo das jetzt die Arschgriechen bei KuchenTV ist. Dass es nicht mehr feierlich ist, gefühlt ist, du hast es glaube ich in irgendeinem Video selbst gesagt, dass du fühlst, dass KuchenTV der einzige ist, der sich unterstützt. Du scheinst mit Dreh zu wirken und solltest weniger bei KuchenTV nuckeln. Ich weiß nicht, wann ich das jemals gesagt habe, dass KuchenTV der einzige ist, der mich unterstützt. Das habe ich eigentlich nie gesagt, aber ich habe mit KuchenTV am meisten Kontakt. Ich habe mit keinem anderen Meinungsblocker bisher privat auch nur irgendwas gemacht. Dementsprechend ist das das einzige jetzt. Das ist ja die Verbindung zwischen uns beiden, sage ich mal. Und wir verstehen uns sehr gut. Und ansonsten, jetzt ist Dude mit Maske noch mit dabei und Barku, wo man sagen kann, da unterstützt man sich auch gegenseitig. Deswegen checke ich es nicht ganz. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt immer noch in der Zeit sind, wo sich keiner unterstützt. Also so ist es ja nicht mehr. Und naja, deine Thumbnails wurden auch ein bisschen kritisiert. Zu deinen beliebtesten Videos zählen Feiergoden dein Lebensmittelfahrzeug Drehfahrdings Video und das Video zu... Ja, guck dir. Ich meine, guck mal, das widerspiegelt es doch. Also das Lieblingsvideo, es gab ein einziges Video und hier ist hier noch irgend so drüberfahrdings, das weiß ich jetzt nicht, was das für Videos sind. Aber, ach Feiergoden, der war gut. Ich gucke in ihn nicht. Keins Hurensohn. Ey, was willst du dann davon mitnehmen? Also, für mich bringt es halt null weiter. Wenn jemand dorthin schreibt, Keins Hurensohn, der war gut, das bringt mich gar nicht weiter. Weil da weiß ich nicht, gefällt es dir jetzt oder gefällt es dir nicht und das ist einfach nur, das zeigt einfach nur die geistige Reife von den jeweiligen, die dort abgestimmt haben. Ja, das ist ziemlich lust. Dem kleinen Kind, das während dem Schlafen ges... Das war echt ein weirdes Thema, vor allem, wow. Und hier muss ich direkt mal sagen, dass ich tatsächlich nur das Feiergoden-Video verstehen kann, weil das war halt damals echt richtig gut. No joke, das war wirklich gut. Die anderen fand ich tatsächlich eher Standard. Okay, ich bring schon wieder Wertung eigentlich. Ich verstehe... Ja, gut, das ist halt auch wieder Ansichtssache, ne? Ich glaube, die Co-Eddie beschäftigen sich nicht mit meinem heutigen Content, sondern eher so das, was sie früher gesehen haben und haben vielleicht auch gar keine Lust, mich mit dem, oder sich mit dem heutigen Content von mir zu beschäftigen. Steht das schon? Wird mir garantiert von irgendjemandem vorgeworfen, ja, du wolltest dir doch irgendeine Wertung einbringen. Ist mir aber jetzt auch egal, weil... S-Gaxi, nee, hör euch nicht an, aber schau euch nicht an. Dieses 8 Feiergoden-Video. Gut. Zu deinen verhasteten Videos zählt auf jeden Fall das Cloud-Bubble-Video. Ja, guck mal, so, du hast einfach, da steht, welche Lieblingsvideos sind, hat noch einer hingeschrieben, in ein konkretes Video, dann gab es noch drei Links, weiß ich jetzt nicht, was ist alles wahr. Und hier bei deinen Hass-Videos auf einmal ganz plötzlich kommen die ganzen Nachrichten rein. Ja, deine Hass-Alpha-Camin-Videos hier schon eigentlich alle, okay. Reaktion auf Cloud-Dust-Kritik, Mighty Fire-Dust, ähm, ja, das ist halt wieder Cloud-Dust, Cloud-Dust, Cloud-Dust und die Meinungsblogger-Blase. Ist halt, das war vorhersehbar, sag ich mal. Das war vorhersehbar. Wenn die Leute befragt werden, die damit beteiligt sind oder die befreundet sind mit Cloud-Dust oder irgendwelche Kollegen sind, ist da klar, dass die dann das abstimmen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Sie hier oben, weiß ich nicht. Äh, hassen ist das falsche Wort, ich schaue sie einfach nicht mehr gern. Okay, das ist in Ordnung. Hier ist irgendein Link. Dann keine, zu wenig Input. Okay. Äh, und Alphatime 3 und 4. Was war Alphatime 3 und 4? Das müsste ich jetzt selber mal gucken. Wir haben das hier, ja, Meinungsblogger, Blase und Cloud-Dust. Naja, gut. Ist halt so. Aber ich finde, es besser bei dem Konzept, dass man auch eine Community befragt. Dass man einfach fragt, ja, was sagen eigentlich die Zuschauer? Nicht, was sagt nur die Bubbles, sondern was sagt die Zuschauer? Am besten das Ganze trennen, dass man einmal sieht, ah, das sagen die Zuschauer und ah, das sagt die Meinungsblogger-Szene und dann kann man das sozusagen vergleichen, was da mehr überwiegt. Patrick, ich grüße dich. Und ich schwöre, ich habe hier nichts manipuliert. Also wirklich fünf Leute mit validen Antworten haben geschrieben, dass ihnen dieses Video am meisten an dir abgefuckt hat. Wobei ich natürlich auch noch mal auf meine Fragestellung angedeutet wurde, dass die vielleicht ein bisschen falsch ist. Daher entschuldige ich mich hier über die Fragestellung. Meinung nach interessantesten Kategorie. Was würdest du, Alpha Kevin, sagen, wenn ihr jetzt gerade miteinander reden würdet? Oh, jetzt bin ich gespannt. Nun ja, neben den Personen, die diese Fragestellung scheinbar nicht verstanden haben, wir auch... Wahrscheinlich nichts über seinen YouTube-Kanal. Okay. Wie immer das möglich ist, ist das hier meine Lieblingsantwort. Lieber Kevin, willst du auch beliebt genannt werden? Bitte handel in Zukunft, überleg dir. Die meisten deiner Kontroversen hätten vielleicht dadurch vermieden werden können. Ich schaue deine Videos nicht, da ich einfach keine Zeit dafür habe. Das ist unglaublich schade, da ich jedem Schwerter wirklich eine ernst gemeinte Chance entgegengebe. Bitte, also, die meisten der Kontroversen hätten dadurch vielleicht vermieden werden können, aber er schaut meine Videos nicht. Also, das ist ja auch schon wieder ein Gefühl der Widerspruch in sich, wenn er meine Videos nicht schaut, aber dann sagt, ja, die Kontroversen hätten verhindert werden können. Sicherlich, das kannst du auch bei jedem Typ sagen, der irgendwann mal ein kontroverses Thema anspricht oder irgendwo mal nicht richtig liegt. Jetzt endlich kannst du hier alles ausargumentieren, kommentieren. Also, ist ja klar, dass man mehr recherchieren kann, aber ich kann nicht zehn Jahre für ein Video recherchieren, um das dann rauszubringen, damit auch kein einziges Argument widerlegbar ist. Schwierig, weiß ich nicht. Aber natürlich macht man auch Fehler und auch durch mangelnde Recherche. Das war schon immer so. Das wird bei jedem immer so bleiben. Das wird bei dem Tim immer so bleiben, das wird bei mir so bleiben, beim Justin Ero. Überall macht man mal Fehler in der Recherche und das ist ja auch nichts Schlimmes. Weniger Toxic, überaus sympathischer. Und du wirst noch darum gebeten, dass bevor du etwas bossest, bitte etwas nachdenkst, weil das kann sehr schnell bei deiner Größe sehr schnell wirklich schlimme Folgen für andere Leute haben. Und natürlich das Obligatorische, bitte krieg Kuchen nicht so in den Arsch. Kevin, wenn du willst, dass auch andere als deine 12-Jährigen Möchtegern-Fans sind. Wer von euch ist 12 Jahre? Ihr müsst euch nicht schämen, wenn ihr 12 Jahre alt seid, aber schreibt mal bitte rein, wer 12 Jahre alt ist. Aber ihr könnt auch gerne mal schreiben, wie alt ihr überhaupt seid, damit hier die 12-Jährige Möchtegern-Fans hier am Start sind. Es ist halt Realtor. Ey, wirklich, ich habe hier, ich habe hier ziemlich viele tatsächlich, die 16, 17, ich sage mal so im Durchschnitt, würde ich sagen, weil es auch ein paar ältere gibt, sind so 17 Jahre. Viele sind hier tatsächlich auch 16 Jahre, hier mal 15, 20, 26. So, das ist gemischt einfach. Du kannst nicht einfach sagen, so, ja, die 12-Jährige Community. Und ich bin ja scheinbar nicht der Einzige, da viele andere auch so denken. Ich möchte jetzt hier auch nicht die Standpauke halten oder sagen, dass du dich verändern sollst. Wir wollten dir einfach, also ich wollte dir einfach mal die Meinung der anderen Meinungsfrage erhören, wenn du dir über dich denken. Wir sind nicht Teil deiner Community, du musst dich für uns natürlich nicht ändern, aber man kann ja vielleicht versuchen, so ein bisschen so ein Denk an Wollte ich noch gar nicht mal. Jetzt zu meiner Wettung, denn ich persönlich finde deine Videos in letzter Zeit absolut zum Tod cringen. Seitdem du diese neue Schiene fährst und am Anfang diese weirden Witze bringst, das ist echt schlimm geworden. Okay, also er findet mich cringe und das ist schlimm geworden mit den Witzen am Anfang. Ich meine, das ist dann für jeden, wie er das mag, wie er es selber sieht. Kann er schlimm finden, ist ja jetzt auch kein Problem. Wie gesagt, der Großteil meiner Community, der findet das cool. Wenn man sich einfach mal die Kommentare anguckt, dann ist das meistens ganz lustig. Also, diese Witze sind übrigens nicht dafür gedacht, dass Leute lachen, sondern dass sie sich mit Absicht den Cringe angucken, damit das Video einfach schon mal ein bisschen angenehm beginnt. Dann wird es einfach schon mal so dumm beginnt, dass man einfach sagt, jo, da hör ich weiter zu. Allerweise echt fix grüßlich. zuzuschauen, auch wenn es jetzt übertrieben klingt, da fasse ich mir echt oft, oft an den Kopf. Auch nicht, nicht nur bei dem Cloud Dust Video, tatsächlich, ich fand es jetzt auch nicht prickelnd. Ich fand es auch nicht die Yellow Form, die Eck, wie du jetzt sagen würdest. Ich fand es nicht schlecht. Ich finde es auch nicht toll, wie du über andere und teilweise auch über mich geredet hast. Also jetzt mal ganz ehrlich, es ging zu der Zeit um die Meinungsblocker-Blase und ein Unholy macht einfach ein Video darüber, in dem er einfach versucht, komplett zu definieren, was diese Blase bedeutet, dass er ja irgendwo auch mit drin ist, in dieser Blase. So mit irgendwelchen Definitionen hantiert er darum, ey, das hier ist eine Meinungsblocker-Blase. Das ist eine, keine Ahnung, das kann der sein, es kann der sein, kann Reaction-YouTuber sein oder kann irgendeiner sein, der gerade eben einfach mal ganz kurz was privat raushaut. Und er versucht das zu definieren. Na klar, mache ich mich auch irgendwo drüber lustig, weil das einfach nur, also sorry, aber ich finde, das ist einfach nur dumm, die Meinungsblocker-Blase extra im Video drüber zu machen, um das zu definieren, damit man sich über mich abfacken kann, dass ja noch ganz andere YouTuber vielleicht mit dazugehören oder so. Ey, das ist, keine Ahnung, also ich finde es immer noch cringe. Auch wenn du behauptest, mein Definitionsvideo wäre so, so toll gewesen, das ist so gefeiert, das kommt in deine Reaction einfach nicht rüber und da bin ich definitiv nicht der Einzige, der dieser Meinung ist. Aber wie gesagt, ich stehe ja nicht allein mit meiner Meinung da. Ich möchte aber wirklich nicht, dass du dich für uns, also deine Nicht-Community, weil ich denke, von uns zählt sich keine zu deiner Community. Wie gesagt, diese Umfrage war nur unter Meinungsbloggern. Ich möchte nicht, dass du dich für uns endest, genau. Und je nachdem, wie es hier nach weitergeht, also ob du mich paddlest wie Cloud und ein komplett cringiges Video darüber machst oder indem du einfach mal warum soll ich denn jetzt? Also erstmal war Clouds Video fand ich einfach nur so, das war einfach so eine Vorlage, damit ich auch noch ein Thema habe für ein Video. Und das Video, muss ich sagen, ich fand das gar nicht so schlecht, ich fand das ganz lustig und amüsant. Ich habe es auch mit dem Mighty-Kommentar, das habe ich mit Absicht so überspitzt dargestellt. Es hat einfach gepasst zu der Zeit, es war einfach lustig, keine Ahnung. Und warum soll ich denn jetzt? Also erstmal will ich diesem Video hier keine Aufmerksamkeit weiter schenken und das liegt nicht daran, dass ich Unholy nicht mag oder sonst irgendwas, sondern weil diese Statistik, dieses Repräsentative nicht repräsentativ ist, sondern weil das einfach nur, es wird ein Meinungsblogger befragt, aber nicht alle, sondern nur die Leute, die mich ja eh nicht mögen. So, dann brauche ich ja jetzt nicht dem noch weiter Aufmerksamkeit schenken. Also vielleicht kommt das jetzt auf meinen Uncut-Kanal oder auf meinen Incaf-Kanal, meine ich, also nicht Uncut, da wird ja auch manchmal noch geschnitten und das war's dann. Aufmerksamkeit oder wie, Bruder? Oder Gegenspricht. Ja, Patrick, schau uns dann nicht später an. Schreibt es doch einfach, schreibt es in die Kommentare, tut es in die Pollkarten. Euer Unholy. Ja, gut, keine Ahnung. Also ich finde, ja, also das, was Dude mit Maske schon geschrieben hat, er hat auch so gesagt, er versteht einige Punkte nicht oder das war einfach so ein bisschen, ja, das war keine Kritik, das war dann eher so stumpfer Hate, weiß ich nicht. Fand ich jetzt auch nicht so gut, keine Ahnung, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde das Format an sich sehr gut, aber ich hatte jetzt nicht überzeugt, dass ich aufgrund dieses Videos ihn abonniere oder das Video like oder dislike oder was weiß ich. Also es ist halt ein Video, wo 13 Stimmen abgegeben wurden und das wurde dann als, als Ergebnis dargestellt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Outro 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 Outro